Ja, nicht so schlecht. Boah, aber viel Quarz, ne? Ich bin dabei, du. Ich geb dir immer ein Stack vorbei. So, jetzt muss ich hier rüber schwimmen. Hast du dir noch aufgenommen, wie das Haus aussieht? Hast du es gezeigt? Klar, ich bin die ganze Zeit nur am Aufnehmen. Ach, das ist so gut. Oh Gott, hier ist eckige Lava. Nee, das sehe ich gar nicht ein. Boah, da Quarzblöcke zu machen ist auch ein bisschen teuer, ne? Besser als Eisenblöcke. Das kann ich nicht bestimmen. Eisenblöcke kostet neun. Und das kostet noch vier. Ja, das ist klar. Trotzdem ist das ein bisschen aufwendig. Hör mal. Vorne ist noch... Ich meine, Quarz gibt es ja eine Menge, ne? Aber das ist... Man, so Stellen, wo es keiner braucht. Ah. Ist ja so. So. Jo, wahrscheinlich. Wenn du bei YouTube eingibst, Villa bauen, kommt ein Haus, das sieht genauso aus wie das, was ich auch gebaut habe. Woran das vorliegt, wa? Das habe ich aber nicht runtergeladen. Das stimmt gar nicht. Nee. Alles lügen. Du wie, Alter. Das habe ich ganz allein gebaut. Hm. Ja, die Einrichtung wohl. Das Haus vielleicht nicht, Quarz. Nicht ganz, sagt er, ey. Ich weiß nicht, wie scheiße die Einrichtung aussah. Wie so Aids, ey. Oh, ich habe eine Nähte festgefunden. Yay. Wow. Aber ich guck mal, gibt es keine. Ja, aber wir hatten hier noch keine, deswegen ist das ganz gut. Guck mal, ob es noch cooler Häuser gibt. Oh, scheiße. Oh, die Armen. Jetzt geht die Unsichtbarkeitstrank-Sache wieder los, ey. Boah, Alter, man levelt aber auch wie ein Stück Huren so, ne? Wenn man... Oh, ich habe mich gerade für ein anderes Haus entschieden. Ich will jetzt ganz viel, äh, Stonebricks haben. Ja, Stonebricks, ich habe Stone in... Das war ein Witz. Achso. Ach ja, und ich brauche nur Netherdingens, Netherbricks-Dingens. Ja, die, das ist ja nicht so schwer. Ja, aber es kann sein, dass hier... Ich gucke mir mal ein paar andere Häuser an. Vielleicht brauche ich echt ein anderes. Das finde ich ein bisschen einfallslos, das Ganze. Das ist halt nur so ein Würfel. Ich will ein bisschen mehr mit... Ach, das hinten da drin. Oh, das ist, glaube ich, geil, oder? Gucken. Alter, das ist voll gefährlich, was ich hier jetzt gerade versuchen werde. Aber es ist schleißig in Ordnung. Denn sterben muss ich sowieso. Irgendwann einmal. Oh. Boah, Alter, das ist so eine große, so eine ganz, ganz große, glaube ich. Ah, da vorne ist schon ein Loon-Spawner, das ist schon mal geil. Oh, ich baue doch ein anderes Haus. So ein Haus, also ich habe mal bei Bilder eingegeben. Und da war halt so ein Haus, was ich übelst geil fand. Aber das kannst du halt... Ja, Moin. Und das Gute ist, dieses Haus kann man voll gut in eure Berglandschaft integrieren. Weil das so ein komisches Haus ist, was so am Berg hängt. Ja, aber das kann man gut machen. Das gucke ich mir mal kurz an. So. Oh, ist das geile Scheiße, das Haus. Ich greife euch an. Ich greife euch jetzt an hier. Ihr Spastis. Wo, Alter? Nein. Oh. Regen, Regen. Oh Gott, ey, wenn ich das echt nachbauen würde, das würde Milliarden Jahre dauern. Warte, Peaches ist schloss, ist schloss. Nee. Ich habe gerade ein italienisches Dorf. Mit diesem ganzen italienischen Baustil-Zeug. Aber... Nee, das ist zu krass. Du kannst es nicht machen. Das ist alles so Häuser, die sehen richtig scheiße aus, ey. Boah, Alter. Das preisen die als Villa an, ey. Hat die als scheiße an Preisen. Äh, du Kacklohe. Jetzt stirbst du in der Luft, ey. Du bist ja eine ganz kluge. Ja, geil. Direkt über der Lava. Gut, das funktioniert schon mal nicht so. Oh, 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 oh. Ja, ganz genau. Steck die anderen im Brand hier. Ich will nicht gewissert werden. Okay, ich habe ein Stück Kohle gekriegt. Cool. Läuft bei dir. Mega. Und ich war so dumm und habe kein, äh, kein, kein, kein Holz mitgenommen. Kann ich nichts essen. Jetzt kann ich auch schon nicht mehr rennen, geil. Ey, wie kann ich nochmal, äh, Feuerbälle zurückklacken? Aufschlagen. Nein! Boah! Neu? Kacke. Ich boh noch nicht. Boah, fuck. Die Hure ab, ey. Alter. Ey, so letztlich. Boah, Alter. Boah, Junge, jetzt kriege ich von so einem Kack-Skelett nur irgendwas zum draufbeißen, Alter. So, ich will mit so einer Kack anfangen. Ach ja, außerdem sehe ich fast nichts, weil es einfach mal mega dunkel ist und so. Okay, also. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ha! Habt ihr bei euch irgendwo einen Strand? Da brauchst du ein Hippie-Haus, ey. Geile Hippie-Haus. Ja, hier ist so ein Haus, das ist so richtig behindert aus. Brauchst du ein Nähter-Steinzeug jetzt, oder nicht? Ja, wenn ich das Haus hier baue, dann ja. Also, ich meine nicht nur Quarz, sondern ein richtiger Nähter-Ziegel. Ja, ja, das hast du. Ja, ja. So, ich habe jetzt 20 Quarz-Blöcke, ne? Ja. Ich will eigentlich auch nochmal ein Tageslicht-Sensor irgendwie nutzen. Ja. Ja, das ist aber zu. Achso, hier. Ja. Ja, das will ich aber zum Amapel hier. Ja. 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 Was muss ich denn jetzt machen? Hä?! Alter! Von wo komme ich denn bitte? Oh mein Gott, das sieht man ja. Das ist schlecht. Da hast du recht. Boah, Alter. Ah, das Haus gefällt mir. Ohne Witz, das baue ich nach. Das dauert zwar 100 Jahre, wenn ich das nachbauen will, aber das baue ich nach. Vor allem ist das kompliziert. Oh Gott. Oh Gott, ich fühlte jetzt lange und dauern alles nachzubauen. Oh Gott. 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 So, dann komm an, hier, warte, ich mach dir mal kurz Nee, nochmal will ich nicht, Alter, du sollst jetzt wieder auf den Server hier kommen und dann geht es wieder weiter Guck dir das trotzdem nochmal an Nein Doch Wieso, Junge, du hast nur wieder irgendwelche Welten runtergeladen Ja, guck dir mal an, wie geil das ist und ich baue das hier nur nach Wow, super viel Ich habe noch ein Sticky Piston Jetzt einen goldenen Apfel und Zeug mit Und jetzt brauchen wir noch eine Spitzhacke Geile Eisenspitzhacke Die Verzauber ich dann aufleveln Ja, wie viel ich schaffe Ich schaffe aber, komm Effizienz1, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht Und hier drauf Haltbarkeit1 ist doch eigentlich schlecht Kann jetzt eigentlich Haltbarkeit1 und Effizienz1 kombinieren? Nee Klar Nee, ja, weil dann aber das bringt nichts Ja, ist klar, dass es nichts bringt Ja, ist klar, dass es sich bringt Ja, ganz ehrlich, ne? Halt die Schnauze Schnauze Wolle ich bin mir immer selber ein, weil ich zu inkompetent bin, diese Tür zu machen So, aber dann schauen wir dir jetzt noch keine Hunde an Nö Ich gehe jetzt in die Hölle Wolle, wie das Moment mal Wenn ich das jetzt Ja, geil Ja, geil Dann eben Für das Haus brauche ich ganz viel Stained Clay Wow Jetzt brauchst du keinen Quarz mehr Toll Obwohl, ich guck mal, braucht man hier irgendwo Quarz? Wahrscheinlich sowieso nicht Das Haus hier ist viel geiler Das Haus hier ist viel geiler Brauchst du eigentlich Soul Stained? Achso, Soul Stained muss ich wahrscheinlich sowieso mitnehmen für Woah So Hiiii Ach, ich gehe lieber den Sicherung nicht, natürlich Ich gehe lieber den's schon Ich gehe lieber den Ei, Bod Ich gehe mehr Oh Gott Ich gehe weiter